Die Pickelhaube steht sinnbildlich für den Militarismus in der deutschen Kaiserzeit. In manchen Gebärdensprachen ist der Helm aber auch das allgemeine Zeichen für Deutsch. Charakteristisch ist die Metallspitze auf dem Helm. Tatsächlich hat sie einen Nutzen und ist nicht nur rein dekorativ. 1842 in der preußischen Armee eingeführt, sollte die Spitzehiebe von Säbeln oder anderer Waffen seitlich weg vom Kopf lenken. Von einigen Ländern wie etwa Schweden oder Kolumbien wird die Pickelhaube noch zu zeremoniellen militärischen Anlässen getragen.